Hallo und willkommen bei Hartverrat, hier das Update des 1000 Euro Gaming Computers im März 2016. Als CPU der Intel Xeon E3 1231 V3 mit 4x3,4 Gigahertz, er hat einen Turbo von 3,8 Gigahertz, 80 Watt TDP und er hat Hyper-Threading, das bedeutet jeder Kern hat zwei Threads, als ein theoretischer Achtkerner. Er reicht natürlich für alle derzeitigen Spiele ohne Probleme aus und sollte für Gamer die nächsten 3 bis 4 Jahre locker ausreichen. Als Kühler der Arctic Cooling Freezer 7, er ist mit dabei, damit er den Prozessor gut und leise kühlen kann. Und jetzt melden wir das Gigabyte GA-B85M D3H mit dem Intel B85 Chipsatz. Es hat USB 3, SATA 3, 4 DDR3 RAM-Bänke, PCI-Express 3.0, ein 7.1 Soundchip und am IO-Panel 4x USB 2x PS2, VGA-D-Fullion und HDMI. Die Grafikanschlüsse vom Mainboard können allerdings nicht genutzt werden, da der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat, zweimal USB 3, eine LAN-Buchse und sechs 3,5 Millimeter Klinken für den Soundchip. Als Arbeitsspeicher 16 Gigabyte Kuschel Ballistic Sport, DDR3 1619 recht flott, es ist ein Dual-Kit, was heißt man kann ihn im Dual-Gel-Modus betreiben und 16 Gigabyte sind für Gamer die nächsten paar Jahre erstmal genug. Als SSD eine 250 Gigabyte Kuschel BX100, es ist eine normal schnelle SSD und 250 Gigabyte reichen in der Regel aus für das Betriebssystem, alle Programme und ein oder zwei Spiele. Dann als Festplatte eine 1 Terabyte von Western Digital, es ist eine überdurchschnittlich schnelle Festplatte und 1 Terabyte sind für die meisten unter euch locker ausreichen. Als Grafikkarte die 8 Gigabyte Sapphire R9 390 Nitro, es ist eine übertaktete Version der R9 390, trotzdem bleibt sie dank ihrem guten Kühler recht leise. Mit ihr sollen wir dann die meisten derzeitigen Spiele auf den höchsten Einstellungen flüssig spielen können. Als Netzteil das 550 Watt XFX TS 550G, es hat 80 Plus Gold, was energiesparend ist und 550 Watt sind für den PC mehr als genug. Dann noch ein DVD Brenner von LG und als Gehäuse das Cooler Master N300. Es ist ein schlichtes Gehäuse mit sehr viel Platz für Komponenten, außerdem sind zwei Lüfte bereits vorinstalliert, aber natürlich könnt ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Optional, wer den PC nicht selber zusammenbauen möchte, kann ihn auch für 29,90 Euro zusammenbauen lassen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, ich hoffe das Video hat euch gefallen, falls das Video älter als 2 Monate ist, wenn ihr die Beschreibung schauen, da darf man den jeweiligen Link klicken, diese würde ich immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video.